Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie man Selleriesaft macht. Warum Selleriesaft? Selleriesaft ist ein sehr starkes Mittel gegen Entzündungen. Es ist ein natürliches Mittel. Es gibt deinem Körper wichtige Spurenelemente und Salze und Mineralien. Das ist ja ziemlich das Beste, was du tun kannst, damit du Entzündungen hemmen kannst. Gut, ich zeige dir mal kurz, was du dafür brauchst und muss dafür kurz das Video umschalten. Hier habe ich gewaschene Selleriestangen. Du brauchst eine Knolle für ein Glas Selleriesaft. Das heißt, du wirst ziemlich viel Sellerie einkaufen müssen, damit du täglich deinen Selleriesaft trinken kannst. Gut, dann zeige ich dir, wie ich daraus Saft mache. Okay, hier habe ich meinen Entsafter. Das ist ein günstiger Entsafter. Ich möchte hier keine Produktempfehlungen machen. Aber du kannst so um die 100 Euro schon einen recht guten Entsafter bekommen. Du könntest auch alternativ einen Selleriesaft mit einem Smoothie-Maker oder einem Mixer machen. Aber besser ist natürlich ein professioneller Entsafter. Gut, dann gehen wir es an. So, wie du siehst, hier habe ich nun eine ganze Sellerie. Selleriestange entsaftet und das Ergebnis ist ungefähr ein Viertel Glas Selleriesaft. Das ist nicht wahnsinnig viel für eine ganze Knolle, also für eine ganze Selleriestange, aber was soll's. Wichtig ist, dass du den Selleriesaft auf nüchternen Magen trinkst, am besten in der Früh. Und dann 15 bis 20 Minuten wartest, bis die Wirkstoffe weit genug in den wichtigen Regionen des Darms sind. Du kannst aber auch mitten am Tag einen Selleriesaft trinken, wenn du weißt, dass du die nächsten 1-2 Stunden nichts isst. Ja, ich hoffe, dir hilft das Video ein bisschen und ich wünsche dir, dass du in ungefähr einem Monat schon Besserung spürst. Und möglicherweise brauchst du sogar zwei Säfte, einen in der Früh und einen Saft am Abend, wenn du starke Beschwerden hast jeglicher Art. Es ist immer hilfreich, Selleriesaft zu trinken. Wenn dir das Video gefallen hat, dann like es, teile es und kommentiere es. Mach's gut. Tschau.